Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Erstmal ein bisschen was hier aus dem Nähkästchen geplaudert, in eigener Sache. Ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen. Ich war relativ früh im Bett für meine Verhältnisse, war so 11, halb 12. Und habe dann noch so ein bisschen bei Twitter gelesen und habe mich da auch wieder in Themen rein vertieft und alles. Und das bekommt mir einfach nicht. Ich war um 5 Uhr 5 wach, das ist nicht meine normale Aufsteh- oder Wachzeit. Und kenne meinen Körper ganz gut. Ich konnte dann auch nicht mehr einschlafen und bin dann dementsprechend auch direkt aufgestanden. Ich war sehr produktiv heute Morgen, habe viel abgearbeitet, viel gemacht. Auch steuermäßig steht gerade wieder das ganze Thema bei mir an. Das ist sowieso auch immer ziemliche Kopfschmerzerei. Aber ich glaube, die gesamte Situation, in der wir uns jetzt hier seit zwei Jahren und davor war es ja auch nicht sonderlich viel besser. Aber das ist natürlich eine Permanentbeschallung, die wir ja einfach durch Lautewach und andere Kandidaten haben. Wirklich sehr belastend. Für mich persönlich auf jeden Fall. Jetzt kommt natürlich noch finanzielle Sorge im deutlich größeren Ausmaß hinzu. Wenn wir uns die Energiepreise angucken, mir graut es jeden Tag davor, weil jeden Tag gehen wir weiter Richtung Gasheizungsabrechnung kommt. Dann war ich gestern tanken. Flotte 109 Euro und 22 Cent. Ja, super. Und ich habe noch relativ günstig getankt für 1,98,9. Wer mir bei Instagram folgt, wird das mitbekommen haben. Also Leute, es ist einfach nicht mehr normal, was hier passiert. Und wir sehen das jetzt auch hier im Durchschnitt liegt der Preis hier schon bei 1,96,5. Dieselpreis überholt bereits den Benzinpreis. Ich hatte darüber ja so ein kleines Shorts-Video auch schon gemacht. Also es ist einfach nur unfassbar. Und wenn man sich dann überlegt, dass andere Regierungen hingehen und ihren Bürgern dann versuchen, diese hohen Kosten ein bisschen was zu geringer zu gestalten. So zum Beispiel Polen, die die Mehrwertsteuer dann darauf streichen. Was passiert in Deutschland? Unser geliebter Finanzminister Christian Lindner äußert sich hierzu gestern bei Bild im Interview und sagt dann, nö, sowas wird nicht kommen. Trotz Preissteigerung schreibt dann die Berliner Zeitung ist es, Lindner schließt Steuersenkungen für Benzin aus. Einzige Möglichkeit in der Finanzierung der Steuersenkungen wären neue Schulden, so Lindner. Er wolle dafür aber nicht bei unseren Enkeln einen Kredit nehmen, sagt er. Und das ist ja grundlegend nicht verkehrt. Das muss man ja fair dazu sagen, dass man jetzt nicht hingeht und auf andere Leute oder auf unsere Nachfahren hin quasi die Kosten macht. Aber Herr Lindner, und genauso muss man jetzt hier auch an die ganzen Bild-Redakteure, Bild-Journalisten und auch an zahlreiche andere Journalisten und so weiter mal kritisch hier hinterfragen. Warum wird nie gefragt, ob man nicht anderes Einsparpotenzial hat in diesem Land? Dass man eben nicht hingeht und Entwicklungshilfe an Land wie China bezahlt. Leute, wir bezahlen jedes Jahr über 5 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe. Warum wird nicht darüber diskutiert, ob wir einfach zu viel Geld in die EU reinbuttern für unnötige Sachen? Warum? Warum werden diese Themen nie und never angesprochen? Das kann doch nicht sein, dass wir die einzigen sind, die um diese Probleme hier kennen. Und dass Herr Lindner uns hier rücklinks so in den Rücken gefällt. Es war absehbar. Ich habe es euch im letzten Jahr vor der Bundestagswahl prophezeit. Aber wie schlimm es ist, das habe ich nicht wahrhaben wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch weiterhin. Ihr hattet mich in den Kommentaren darauf hingewiesen, wie teuer Heizöl ist. Und da habe ich einfach mal gegoogelt den Heizölpreis. Leute, ich habe keine Ahnung von Heizöl. Deswegen, weil wir hier Gasheizung haben und das läuft über den Vermieter. Aber guckt euch diese Entwicklung mal an. Wäre das ein Aktienkurs, würde man sich freuen drüben im Olli-Investiert-Kanal. Ihr merkt das, ich bin heute wieder ziemlich aufgebracht. Im Olli-Investiert-Kanal wäre das ein wunderschöner Aktienverlauf. Aber hier sind das einfach die Kosten, die wir alle zu tragen haben. Und auf Christian Lindner hier nochmal zurück. Er argumentiert ja dann auch, dass die Kosten nicht gesenkt werden können, sollen, wollen oder sonst was. Und der Staat ja nicht mehr Geld verdient. Behauptet er allen Ernstes. Denn er argumentiert das so, dass er sagt, ja, wenn jetzt jemand hier deutlich mehr Ausgaben bei Öl oder auch Gas oder auch Benzin hat, dann konsumiert er ja nichts anderes. Leute, ist das dreist oder dumm? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Unterm Strich ist es eine bodenlose Frechheit. Weil beispielsweise, meiner Meinung nach ist das so nebenbei gesagt komplett falsch. Weil beispielsweise muss man sich ja auch überlegen, wenn jetzt diese Preise hier so durch die Decke gehen, sei es jetzt hier Tankstelle oder sei es jetzt eben hier Heizöl oder auch sonst was, Gas, was jetzt demnächst dann kommt. Natürlich wird man weniger konsumieren. Aber auf der anderen Seite, wo bleibt es denn natürlich am ehesten hängen? Wenn man das eine Familie beispielsweise hat, die wird nicht mehr urlaubsmäßig sich was erlauben können. Die wird den Kindern kein Eis geöffnen können. Die wird für die Geschenke oder sonst was nicht mehr bezahlen können. Die werden an anderer Stelle sparen. Und ganz, ganz wichtiger Punkt, privater Vorsorge. Geld ein bisschen zurücklegen. Oder sich einfach auch mal was Gutes tun und von dem ganzen Schwachsinn, der uns seit Jahren hier mittlerweile umgibt, abzulenken. Das wird alles nicht mehr möglich sein. Ich bin einfach so maßlos enttäuscht. Aber für was ist Geld da? 200 Milliarden Euro für Klimawende bis 2026. Ihr habt richtig gehört. Genau. Dafür sieht der Herr Lindner hier einen mittelfristigen Finanzplan von 200 Milliarden als sinnvoll und wird den bereitstellen. Willst du uns in den Rücken fallen, Christian Lindner? Ja, ja, ich kann da noch eine Schippe drauflegen. Weißt du, es ist kein Geld da. Ja, wird immer wieder behauptet. Nicht auf den Rücken unserer Nachfahren oder wie er sich hier ausgedrückt hat. Auf den Rücken hier unserer Enkeln Kredit nehmen. Ach so. 200 Milliarden für die Klimawende. Ja, ja. Interessant. Ja, ihr kennt das. Schreibt eure Meinung dazu unten rein. Dann kommt hier ein Ministerpräsident, Tobias Hans, aus dem Saarland um die Ecke. Der Durchbruch der 2-Euro-Schallmauer an der Zapfsäule ist eine Zumutung für alle, die beruflich auf ihr Kfz angewiesen sind. Das ist falsch. Es ist für alle eine Zumutung. Nicht nur für die, die arbeiten gehen müssen. Warum wird denn nie darüber auch gesprochen, dass jemand vielleicht das Hobby als Auto hat, das Auto als Hobby hat, so rum, und sagt, ich möchte jetzt auch mal eine Ausfahrt machen, um mich abzulenken, um was zu unternehmen. Oder ich möchte jemanden besuchen, den ich kenne, der weltweiter weg wohnt. Ich möchte mobil sein, ich muss einkaufen. Es wird immer argumentiert, ja, ein Zumutung für die armen Angestellten. Natürlich ist es das, aber doch nicht ausschließlich. Ich fordere, die Energiesteuern und die Mehrwertsteuer auf Spritpreise müssen kurzfristig gesenkt werden. Ja, ganz interessant. Der Manu, so nennt sich der Kandidat hier, hat auch dieses Zitat von dem Herrn Hans nochmal in Erinnerung gebracht. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Ja, diese klare Botschaft darf nie und nimmer in Vergessenheit geraten. Deswegen, ganz ehrlich, ich nehme dem Herrn Hans das ebenfalls nicht ab, was hier erzählt wird oder gefordert wird. Ja, und glaubt mir, wenn wir uns hier Heizölpreise, Gaspreise, Benzinpreise und alles drum und dran angucken, Leute, das ist noch lange nicht das Ende. So heißt es hier in der Bild, Preise steigen um 60 Prozent, Erdgasbeben in Europa. Europa, wichtiger niederländischer Handelspunkt, TTF, wurde am Montag eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt, ein Plus von rund 60 Prozent. Ich wiederhole meine Frage. Wie sollen wir das irgendwie bezahlen, Leute? Das funktioniert nicht. Und wer hat uns reingeritten in diese Situation? Merkel, ganz klar voran mit ihrer nicht funktionierenden Energiewende, die uns jetzt hier auf den Kopf fällt. Und es ist genau falsch rum, wie es immer wieder dargestellt wird und versucht wird zu argumentieren, dass seit 16 Jahren die Energiewende gepennt hat, dass es nicht funktioniert hat, dass man viel früher hätte auf erneuerbare Energien umschwenken müssen. Ja super, dann hätten wir vielleicht, ich bezweifle ja, dass es funktioniert hätte, dann hätten wir jetzt vielleicht genug Strom. Aber auf der anderen Seite, wer hätte denn bezahlt für Leute, die eine Gasheizung haben, die eine Ölheizung haben, die Umrüstungskosten? Wie sollte das denn finanziert werden können? Dann wären wir jetzt noch mehr verschuldet, als wir so schon sind, oder was? Wäre das jetzt die bessere Lösung? Ja gut, also wenn man nach Italien guckt, ja, Staatsverschuldung sieht da ja anders aus als in Deutschland, da ist es halt so. Dann ja als nächstes haben wir natürlich unseren geliebten Herrn Habeck, Habeck zur Energieversorgung, ZDF schreibt hier, Zitat, der nächste Winter bereitet mir Sorgen. Ja Leute, es ist doch seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir da keine Sorgen haben. Und er selber sollte da auch keine Kopfschmerzen haben, weil er ein Lösungspaket, irgendeine Strategie fährt und ähnliches. Aber nein, AKW-Abschaltung soll Bestand haben, Habe ich darüber berichtet. Unfassbar, kannst du keinem normaldenkenden Menschen logisch begründen. Das ist einfach nur krass. Es wird auch jetzt über die, wisst ihr, machen wir das, wir sind jetzt im März und ich werde im Herbst hier sitzen und werde darüber berichten. Erinnert euch ein halbes Jahr zurück? Es wurden keine Weichen gestellt, es wurden keine Änderungen gemacht in unserer Energiepolitik, sodass man in dieser Situation jetzt ist, wo wir nicht hätten sein müssen. Das werde ich im Herbst sagen. Ich gebe es euch Brief und Siegel drauf. Es ist einfach nur schlimm, wenn solche Dilettanten in solchen wichtigen Positionen sind, es nicht ändern können, wollen, werden und sonst was. Nein Leute, also heute ist wirklich so ein Tag. Schreibt auch meine unten rein. Sorry, wenn ich da ein bisschen jetzt auch aufgeladen war. Bis zum nächsten. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.